Der Spuk dauerte nur wenige Minuten, doch der Schaden geht wohl in die Millionen. Am Freitagabend hat ein Sturm südlich von Wildeshausen eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Zwischen der Wildeshauser Bauernschaft Handstedt und den Goldenstädter Bauernschaften Altona, Ellenstedt und Einen kippten reihenweise Bäume um. Häuser und Scheunen wurden zum Teil völlig zerstört. Im Handstedt wurde eine Hofstelle schwer getroffen. Diverse Bäume waren umgestürzt und beschädigten das Wohnhaus. Die Feuerwehren aus Wildeshausen, Düngstrup, Dödlingen sowie Nährstedt waren im Einsatz. Zeitweise wurden sie von zwei Schwerlastkränen unterstützt, um die dicken Bäume vom Gebäude zu holen. Die Feuerwehren machten aber nicht an der Kreisgrenze Halt, sondern halfen in der Gemeinde Goldenstedt, Straßen frei zu räumen, Dächer frei zu sägen und abgebrochene Baumkronen zu entfernen.